hallo ihr lieben ja ich freue mich total weil in ich weiß nicht wie viele tage aber im 13 september erscheint mein neues erstes buch das ist irgendwas hier ist bei der linse das ganze ding das mache ich jetzt hier gerade noch mal weg und damit das auch damit ihr mich scharf sehen könnt so gut auf ein neues ja am 13 september erscheint mein erstes buch intuition dein power tool es gibt es jetzt schon überall zum vorbestellen und anlässlich dieses buches habe ich mir was ganz besonderes überlegt und zwar ich möchte dich sechs tage lang begleiten wirklich deinem herzen deiner intuitiven stimme zu folgen herauszufinden was sie ist wie sie zu dir spricht sie spricht ja zu jedem unterschiedlich und vor allem was du tun kannst damit sie noch deutlicher zu dir kommt und vor allem damit du wirklich deinen herzensweg findest und dahingehend habe ich mir vom 9 9 bis zum 14 9 mache ich jetzt eine intuitions challenge wo du dich anmelden kannst auf meiner facebook seite awaken your intuition erwecke deine intuition und lebe deinen herzensweg der link steht drunter da kannst du kostenlos mitmachen du kriegst jeden tag von mir live videos du bekommst eine übung eine tagesübung inspiration und vor allem eben hast du jeden tag die möglichkeit mit mir auch live mir fragen zu stellen zu berichten wie es bei dir war wie diese übung gelaufen ist und ich gebe dir da auch noch einige sachen an die hand damit du noch tiefer zu dir findest ja voller freude diese freude möchte ich einfach mit dir teilen und ich möchte dieses video auch gar nicht so lange machen sei einfach dabei in dieser gruppe sind schon so viele tolle menschen wo du dich einfach connecten kannst mit denen auch einfach ja in interaktion treten kannst und wo ihr vielleicht dann zusammen auch üben könnt und deshalb schau da einfach rein in diese facebook gruppe und sei dabei nächste woche montag bis freitag bei der intuitions challenge von herzen wünsche ich dir alles 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 liebe und gute